Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zum zweiten Teil von Wie baue ich mir eine Word Clock oder auch Wort Uhr genannt. Im ersten Teil habe ich die Uhr selber ja einmal kurz vorgestellt und die entsprechenden Funktionen. Heute möchte ich einmal auf das Material und auf das verwendete Werkzeug zu sprechen kommen. Hier sehen wir jetzt als allererstes einmal die Materialübersicht, einmal ein entsprechender Mikrocontroller, Level-Converter, ein paar LED-Stripes, Bilderrahmen, MDF-Platte, ein bisschen Verkabelung und die entsprechende Frontfolie. In der Summe sind das so round about 60 Euro. Fangen wir auch dann schon mal direkt an und schauen uns den Mikrocontroller oder auch ESP8266 einmal an. Der jetzt hier gezeigte Anbieter sowie alle anderen Anbieter, die hier in dem Video zu sehen sind, dient einfach nur dazu, das entsprechende Material vorzustellen und sollen einfach nur eine Option darstellen, wo man das kaufen könnte. Es ist weder Werbung noch bekomme ich dafür irgendetwas. Wie gesagt, kommen wir dazu zum Mikrocontroller, wie gesagt ESP8266. Hier ist das Wi-Fi-Modul mit drauf. Da steuern wir die LEDs mit. Somit ist es aber auch mit dem Wi-Fi-Modul später möglich, das Ganze auch per App zu bedienen. Wichtig ist dabei nur, ihr solltet darauf achten, wenn ihr diesen ESP8266 kauft. Ihr findet immer diese beiden Bezeichnungen. Kauft den mit dem CP2102, denn das ist dieser USB-Controller, der hier hinter dem USB-Port sitzt. Das ist dieser quadratische Form hier. Das ist der, den ihr haben wollt. Die etwas längliche, größere Form, dieser CH340, den wollt ihr nicht haben, weil da ist es bis zum letzten Stand. Was ich weiß zumindest, ist es so, dass ihr gerade unter Windows hier gewisse Treiber installieren müsst. Und wo ihr die Treiber herbekommt und wie man die installiert, kann ich euch nicht sagen. Ich habe immer die benutzt, das hat wunderbar funktioniert. Ja, das dazu. Dann kommen wir als nächstes zu den LEDs. Habe ich LED-Streifen benutzt, RGB-LEDs, denn jede LED, wie im ersten Video schon zu sehen ist, lässt sich einfach in der entsprechenden Farbe und Helligkeit auch anpassen. Wichtig ist dabei einfach nur, ihr braucht diese 30 LEDs pro Meter. Oder besser gesagt, einfach diesen LED-Abstand hier von 28 mm. Denn das Design der Frontfolie ist auf diese 28 mm angepasst, damit wir den LED-Streifen im Ganzen benutzen können. Auf den anderen LED-Streifen mit anderen Abständen zwischen den LEDs müsst ihr das entsprechende Format, also auch die Frontfolie und alles anpassen. Ja, was braucht ihr dazu noch? Ob jetzt die weißen oder die schwarzen Streifen nimmt, ist egal. Das sieht man später eh nicht mehr. Es sind 110 LEDs. Also nehmt ihr jetzt hier die 30 LEDs pro Meter, 5 Meter. IP30 ist die Schutzklasse. Die Schutzklasse spielt keine Rolle hier. Muss nicht wassergeschützt sein. Reicht also vollkommen aus. Liegt aktuell hier bei 11 Euro. Ja, gab es mal für 8 Euro auch schon, gab es auch schon mal für weniger, gab es auch schon für mehr. Muss man mal gucken. Gibt es, wie gesagt, auch einen Haufen Anbietern. Gerade zu diesen BS-2812B. Das ist ja auch die Bezeichnung. Ja, kommen wir dann auch schon zum letzten Elektronikbauteil. Und zwar, das ist so ein P-Gewandler oder auch Levelshifter genannt. Einfach die entsprechende Bezeichnung P-Gewandler dann Arduino oder halt ESP8266 oder Mikrocontroller eingeben. Dann findet man die. Wichtig dabei ist einfach nur, dass ihr einen P-Gewandler nehmt, der diese 5 Volt und 3,3 Volt hat. Denn das 5 Volt sind die LEDs. 3,3 Volt ist der Mikrocontroller oder der ESP8266 in diesem Fall. Ja, so sehen die aus. Das sind so kleine Module. Muss man jetzt ansonsten auf nicht viel drauf achten. Was ich hier gerade gesehen habe, dass die hier 2,52 Euro das Stück kosten. Ihr braucht nur einen einzigen. Ja, ist relativ teuer. Die gibt es meistens so in 5er oder 10er oder 3er Packungen für schon den Preis insgesamt. Als allerletztes im Bereich Elektronik ist halt die entsprechende Verdrahtung. Das ist das einfache Einzelader, flexible Leitung. Der entsprechende Kabeltyp ist LEY. Die entsprechende Stärke oder der Querschnitt ist 0,25 Quadratmillimeter. Kleiner würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen. Die LEDs brauchen schon so ein paar Milliampere. Und vor allem lassen sich diese 0,25 Quadratmillimeter einfach auch noch ein bisschen besser handeln, ein bisschen besser verarbeiten. Das ist noch nicht ganz so dünn. Ja, 5 Meter Länge reichen da im Prinzip vollkommen aus. Farbe schwarz, ja Farbe vollkommen egal. Ich empfehle allerdings vielleicht so 2 oder 3 Farben sogar vielleicht sogar zu nehmen und dann vielleicht hier ein bisschen weniger in der Länge. Denn ihr habt ja immer Plus und Minus, also vereinfacht jetzt gesprochen. Und dort bietet es sich an, einfach für jede Variante einfach eine andere Farbe zu nehmen. Das schafft dann ein bisschen bessere Übersicht. Ja, ist aber auch kein Muss. Wenn ihr sagt, ich will alles in schwarz machen und ich kriege das hin, keinen Kutschuss da drin zu bauen, dann könnt ihr das gerne so machen. Nach den elektronischen Bauteilen kommen wir jetzt dann noch zur Spannungsversorgung. Und zwar hier benötigt ihr einfach ein USB-Ladegerät, so wie es heutzutage bei jedem Smartphone dabei ist. Das habt ihr oder die meisten wahrscheinlich von euch zu Hause noch irgendwo rumfliegen. Ein altes Ladegerät wichtig dabei ist. USB stellt uns die entsprechenden 5 Volt zur Verfügung, die wir für die LEDs benötigen. 1,5 Ampere, wie hier dargestellt, reicht eigentlich aus. Ich betreibe meine Uhr mit einem 5 Volt USB-Ladegerät mit einem Ampere sogar nur. Das liegt aber daran, dass ich die LEDs dauerhaft dimme. Denn die LEDs bei voller Helligkeit wären einfach viel zu hell. Die Uhr würde blenden, gerade in den Abendstunden. Das lohnt sich nicht. Wie gesagt, 1 Ampere reicht dabei aus. Bei den entsprechenden Helligkeitseinstellungen, die ich hier noch zeigen werde, wollt ihr mehr haben und die Uhr heller machen, braucht ihr ein entsprechend leistungsstarkes, entsprechendes Netzteil. Das müsst ihr dann entsprechend auf eigenem Weg herausfinden. Das kann ich euch dann nicht für die jeweilige Helligkeitseinstellung sagen. Ja, ansonsten noch zu sagen, die heutigen Ladegeräte haben ganz häufig diese Quickcharger-Funktion. Sieht man dann daran, dass die Ladegeräte selber verschiedene Ausgangsspannungen haben. Kann ich somit nicht empfehlen, denn 9 oder 12 Volt würden entsprechend die LEDs zerstören. Es gibt also keine Garantie bei den Ladegeräten, dass die wirklich die 5 Volt bereitstellen. Der Mikrocontroller würde dabei nicht zerstört werden, der hat einen eigenen Spannungswandler. Aber bei den LEDs, wie gesagt, keine Garantie. Ja, darüber hinaus benötigt ihr eigentlich nur noch ein USB-Verlängerungskabel. Das dient einfach nur dafür, die Spannung zu übertragen. Es werden ja keine Daten darüber tragen. Deswegen reicht USB 2.0 oder sonst was aus. Ihr braucht jetzt kein teures USB 3.0-Kabel, was toll abgeschirmt ist. Es werden keine Daten übertragen. Lohnt sich nicht. Wichtig halt, auf der einen Seite halt diesen klassischen USB-A-Anschluss. Der geht ans Netzteil. An der anderen Seite werden wir den Stecker sowieso abschneiden, um das Ganze halt an der Uhr fest anzuschließen. Ja, Farbe und Länge ist dann einfach je nach Geschmack und Bedarf. Ja, das war es eigentlich auch zur Spannungsversorgung. Kommen wir dann jetzt zu den optischen Sachen, nenne ich es mal. Ja, der Rahmen selber an dieser Uhr ist der Kia-Ribber-Rahmen. Ist da relativ beliebt bei Wortuhren. Hat einfach den Vorteil, hat dieses quadratische Format. Ist matt-schwarz, passt somit direkt zur entsprechenden Frontfolie. Hat halt hier schon diese Plexiglasscheibe mit drin, wo wir die entsprechenden Folien nachher aufkleben können. Die Rückwand des Ganzen nutzen wir später für die LEDs, also das ist der Träger der Elektronik. Somit bietet der Rahmen eigentlich schon alles Mögliche, was wir wirklich für die Uhr selber als Gehäuse brauchen. Wichtig ist dabei, wenn ihr einen anderen Bilderrahmen nehmt, oder euch vielleicht der hier einfach nicht gefällt, achtet da entsprechend hier auf die Tiefe. Ihr braucht eine gewisse Tiefe, um die ganze Elektronik einfach unterbringen zu können. Wie gesagt, hier 4,5 cm, das ist schon wirklich eine ganze Menge für den Bilderrahmen. Und ist auch für die Wortuhr mehr als genug, da ist deutlich noch Luft dahinter. Das können durchaus also auch ein paar Zentimeter weniger sein. Ich würde sagen, weniger als 2 cm auf keinen Fall, weil dann wird es auf jeden Fall schon eng in der Uhr. Ja, ansonsten gibt es hier zum Bilderrahmen nicht viel zu sagen. Wichtig ist dabei halt diese 50 x 50 cm. Die gesamte Vorlage oder diese ganze Aufbauduhr ist halt auch einfach auf diese 50 x 50 cm Bilderrahmen zugeschnitten. Das betrifft halt auch wieder die Frontfolie und die Abstände der LEDs und alles Mögliche. Also wenn ihr da hier entsprechend einen anderen Bilderrahmen mit anderen Maßen nehmt, müsst ihr auch die entsprechenden Vorlagen einfach anpassen. Ja, zwischen der Rückwand mit den LEDs und der Frontseite mit der Plexiglasplatte, also mit der entsprechenden Folie drauf, kommt dann noch eine MDF-Platte. Die MDF-Platte selber ist halt hier auch wieder in 50 x 50 cm, gibt es in jedem Baumarkt. Wie ihr seht, kostet so gut wie nix. Die Stärke dabei spielt eigentlich keine große Rolle. Ich empfehle hier einfach, 10 mm reichen vollkommen aus, denn die MDF-Platte hat eigentlich nur eine einzige Aufgabe und das ist das Licht zu lenken. In die MDF-Platte kommt nämlich nachher, oder wie ihr hier auch jetzt sehen könnt, 110 Löcher rein. Also entsprechend, in jedem Loch steckt nachher eine LED und über dem Loch ist der entsprechende Buchstabe und somit wird die Licht einer einzelnen LED auch nur auf einen Buchstaben gelenkt. Mehr macht die MDF-Platte einfach. Sorgt dafür, bei der MDF-Platte einfach, dann hat man noch ein bisschen Stabilität für den Bilderrahmen selber. Wer jetzt sagt, ja, MDF-Platte, ich weiß nicht, wie man die bearbeitet, ich habe keine Baumaschine, um da jetzt entsprechend irgendwie 110 Löcher reinzumachen, oder ich will mir den Dreck einfach sparen, dann empfehle ich, Bastelkarton zu nehmen mit entsprechender Stärke und da könnt ihr dann mit einem entsprechend scharfen Messer auch die 110 Löcher reinschneiden. Das funktioniert genauso gut. Ja, kommen wir ganz zum Schluss dann zu der entsprechenden Frontfolie. Ja, bei der Frontfolie ist es halt einfach so, es gibt eine Million Online-Anbieter und ihr findet wahrscheinlich in jeder Stadt irgendwie so eine Art Druckwerkstatt oder so einen entsprechenden Folienplotter. Da ist es halt einfach nur wichtig, ja, es ist eine schwarz-matte Folie, aber wie gesagt, die Farbe, wenn ihr da eine andere haben wollt, könnt ihr natürlich auch eine andere nehmen. Das ist mir dann hier letztendlich egal. Kleberichtung ist halt von außen, wir kleben also von außen auf. Die Vorlage, die ich bereitstellen werde, ist ein PDF-File. Also da müsst ihr gucken, wenn ihr einen Online-Anbieter habt, ob der dieses PDF-File auch verarbeiten kann. Und zweifelsfall nachfragen oder meine Empfehlung immer noch, geht halt entsprechend direkt vor Ort an irgendeinen lokalen Anbieter, tretet da heran. Aber wie ihr auch hier schon seht, ja, 33 Euro hier für eine 50x50 cm Folie. Ich weiß nicht, ob bei dem Anbieter natürlich jetzt noch was draufkommt, wenn ich die entsprechende Vorlage hochlade, kann ich nicht so sagen. Kann ich jetzt auch keinen Online-Anbieter empfehlen, weil wie gesagt, ich habe einen lokalen Anbieter benutzt. Die haben mir bei der Folie halt an sich relativ viel geholfen, auch bei der Erstellung der entsprechenden Vorlage. Ist wie gesagt PDF, ja, wenn der ortsansässige Anbieter, Online-Anbieter damit nicht klarkommt, dann, ja, müsst ihr euch da irgendwie andersweitig behelfen. Denn ich kann euch nur das erstmal zur Verfügung stellen. Ja, das war im Prinzip alles zum Thema Material. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt und das ist das Werkzeug. Denn hier beim Werkzeug ist es so, ja, nur zwei wirkliche Sachen hier. Und zwar, das ist die Heißklebepistole oder eine Art von Heißklebepistole oder irgendeine Art anderen Kleber, weil diese ganzen Sachen, oder ich habe diese ganzen Sachen einfach zusammengeklebt. Heißklebepistole ist erstens einmal relativ günstige Handschaffung und Heißkleber lässt sich meistens auch noch relativ simpel wieder entfernen, also wenn man das Ganze nochmal wieder auseinandernehmen muss. Das ist vom Handling her meiner Meinung nach einfach am besten. Ja, was ihr auf jeden Fall braucht, ist einfach ein Lötkolben mit entsprechenden Lötzinn, weil diese ganze Verkabelung, die LEDs, Mikrocontroller, muss alles miteinander verbunden werden, das muss gelötet werden. Meine Empfehlung, kauft euch keinen zu teuren Lötkolben, wenn ihr noch keinen habt. Die gibt es schon für 15, 20 Euro, wenn es wirklich nur für das Projekt sein soll. Denn, ja, ein Einsteiger-Lötkolben reicht da vollkommen aus. Ansonsten, die Baumaschinen und Holzbohrer sind für die MDF-Platte. Wenn ihr die Variante mit der Baste-Folie nehmt, könnt ihr die hier streichen, kostet euch dann auch nichts. Wenn ihr Zugriff darauf habt, empfehle ich euch die MDF-Platte, ist einfach schön und sauber. Ansonsten, Software ist die Arduino IDE, ist Freeware, ist kostenlos, kostet euch überhaupt nichts. Da braucht ihr ein USB-Kabel, um den Mikrocontroller später mit dem Rechner zu verbinden. Software werde ich bereitstellen, aber das Ganze wird dann nachher auch nochmal ein eigenständiges Video. Ich habe hier eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu dem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.